Einmal schaue ich zu mir nach und schaue ich immer wieder. Kann dich nicht, kann dich nicht finden, meines Siebes getrunken. Doch ich weiß, du bist da und bist gegangen von mir. Wenn du im Grundwand stößt, an meinem Fenster, als im Leben. Du hast die Leben verloren, du hast sie verlassen dann. Du hast keine Beschmerzen, du hast keine Beschmerzen. Du fühlst dich zu mir hier dran. Dein liebloser Körper liegt nur noch hier und deine Seele steigt auf. Und du nimmst jetzt hier von dir den zweiten Anfang auf. Der zweite Anfang des Lebens, der zweite beginnt für dich. Lass deine Körper hier liegen, du brauchst ihn nicht. Du steigst mit deiner Seele auf und nimmst nichts mit dir als da. Du bist ein Freigeist irgendwann für dein ganzes Leben lang. Das zweite Leben von dir beginnt, jetzt sofort an mir. Es öffnet sich für dich dann auch. Bereits die Himmelstür. Noch ein kurzer Blick zurück, jetzt dann. Du siehst dich da unten liegen. Und hast es dann trotzdem geschafft, was blind du bist. Du darfst dich von oben weiterlegen. Und dann, hey, manchmal ist das wirklich dann so wunderbar. Es gründet dir kein Haar. Du hast keine Schmerzen. Und lebst da zweites Leben so wunderbar. Oh Mann, oh Mann. Du warst freundlich dann. Es gibt noch andere Aufgaben hier für dich. Du gehst als Engel dann wieder zurück. Schöne работte dich. Alš приним. V heleチör. Du définisst deine Schätzlinnen auf. Duурыmyer, du dipsstren, Dein Richie. Du bist zw chasing dein Gehr ανthavmen. Du arr summertime. Hallo, heiser. Du schimmst deinen Schätzlingen auf. Du schimmst deinen Schätzling dann auch. Ja ja. BAPPAPPAPPAPPAPPAPPENN QURAGE Erk机, A educatoration Untertitelung des ZDF, 2020